Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, empfahl uns, an mehreren Stellen ausreichend Olivenöl zu uns zu nehmen und uns sogar damit einzuschmieren. Im Koran wird an vielen Stellen Olivenöl, sei es, Seytum, der Olivenbaum an sich oder die Olive sogar im Einzelnen erwähnt. Das bedeutet einen besonderen Stellenwert für uns Muslime und für alle Menschen und diesen Produkt. Heutzutage gibt es schon viele medizinische Studien, die auch den großen medizinischen Nutzen von Olivenöl belegen. Und das wäre viel zu viel, um euch das jetzt in einer Minute aufzuzählen. Aber sehr interessant, zum Beispiel mal Studienbelege gibt es, dass es vorsorgt vor Brust, Haut und Darmkrebs. Es ist nicht leicht, authentisches Olivenöl, natives, zum Beispiel aus Marokko nach Deutschland zu importieren. Und hier habt ihr es. Ihr habt dieses besondere Gold aus der Olivenöl. Echtes marokkanisches Olivenöl, nativ, das gleichzeitig die Arbeitsplätze in Marokko, die Infrastruktur fördert und sogar auch noch pro Flasche ein Euro für weise Kinder im Raufprodukt.